Aber ich habe sie nicht danach gefragt, weil wir ohnehin nie dort angekommen wären. Warum nicht? Warum nicht? Habt ihr auf dem Weg noch eine Tankstelle überfallen? Das wäre ihr zuzutrauen gewesen. Sie war so unberechenbar. Alles war ihr egal. Jemand, der sterben will, hat keine Angst mehr davor, bestraft zu werden. Klingt gefährlich. War es auch. Kurz habe ich mir sogar ausgemalt, dass sie uns beide umbringt. Dass sie mit dem Wohnmobil die Leitplanken durchbricht und wir für immer in einer Schlucht verschwinden. Marie war wie unter Strom. Sie ist über die Autobahn gedonnert und hat gegrinst. Ich habe versucht, sie zu überreden, stehen zu bleiben und umzudrehen, aber ich hatte keine Chance. Ich will Spaß haben, hat sie gesagt. Lass uns das Leben genießen. Sie hat das Radio angemacht und laut aufgedreht. Irgendein Rapper hat immer wieder Fuck gesagt. Wie recht er hat, habe ich mir gedacht. Klingt nach einem coolen Roadmovie. Unter anderen Voraussetzungen wäre es das vielleicht gewesen. So war es die Hölle für mich. Ich hatte keine Kontrolle mehr über die Dinge. Das alles war schwer zu ertragen. Dass sie alles bestimmt hat, die Richtung vorgegeben hat. Hat sie dir irgendetwas über sich erzählt? Ja. Aber sie hat mich angelogen. Jedes Wort, das sie gesagt hat, war erfunden. Was hat sie erfunden? Das mit dem Krebs. Krebs? Sie hat gesagt, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Dass ich mir keine Mühe mehr machen müsse, ihr Leben zu retten, weil sie ohnehin bald tot sein würde. Du kannst es nicht aufhalten, hat sie gesagt. Und mich gebeten, auszusteigen. Sie wollte ohne mich weiterfahren. Warum warst du dir so sicher, dass sie lügt? Ich habe sie gefragt, welcher Krebs es ist, der sie auffrisst. Wie lange sie ihn schon hat. Ob sie Schmerzen hat. Welche Mittel sie nimmt. Du hast sie durchschaut. Im Hospiz hast du viele Krebspatienten gepflegt. Du kanntest die Symptome. Du wusstest, dass sie dich anlügt. Ja. Ja.